Ich kam zufällig hierher, durch die Magie, die ich entfesselte, als ich Kotelkahn vom Erdenreich zurück nach Outworld vertrieb. Ich suchte nach einem Heimweg als Brainyak-Angriff. Dieser Invasor durfte den Planeten und mich nicht zu seiner Sammlung hinzufügen. Aus Dankbarkeit für den großen Sieg bot mir Batman die Hilfe der Justice League ein. Während ich wartete, dass man die Magie der Reisen zwischen den Reichen entschlüsselte, gab ich den jüngeren Rekruten Kampfunterricht. Aber die magischen Sprüche gingen fehl. Anstatt ein Tor zum Erdenreich zu öffnen, öffneten sie ein Tor zur Phantom Zone. Jetzt kämpfe ich, um Superman und seine Helfer anzufangen. Sie wären nicht frei, wenn ich nicht in diesem Reich gestrandet wäre. Es ist meine Pflicht, es zu beschützen, als wäre es das meine.